Oberkommando 1, füllen die sofort schworbenen Waffen. Alle Unterlagen über unsere Truppenbewegungen müssen zerstört werden. Danach suchen sie an der Kathedrale zum Rest unserer Streitkette. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando Hände. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kärz. Kärz, aufpassen! Tut mir leid. Sieh mich aus sich hier. Habe sich zurück zu einem Schattenpanzer. Das Ziel bewirkt sich doch! Bestätigte Treffer! Verkäst du den Traum? Sieh getroffen! Wo kam das denn her? Feueraufsatz ziehen, er eröffnet! Kein Durchschlag! Mach irgendwas, Peter! Gut, Kärz, legen Sie los! Ich arbeite dran! Alles erledigt! Aufpassen! Aufpassen! Verknüpft! 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 Meldet volle Kampfbereitschaft, Kommandant! Kann er nicht einfach Ja sagen? Untertitelung des ZDF, 2020 Klapper! Alles fertig! Was ist mit dem Panzerknacker hier? Bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist fertig, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stehlerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichten in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann. Toller Fehler. Ohne meine schien. Ohne meine schien. Ah, ich hab keine... Ich hab keine schien. Ach, ich hab keine. Ohne meine schien. Ach, wir haben auch noch. Ohne meine schien. Ohne meine schien. Was ist das? Das war's für heute. 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 Und jetzt haben wir ihn. Hartmann? Dieser Idiot! Halt nicht den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie wir vorher. Seine Pflicht? Nein. Da waren Verräter. Da war einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schüler. Oh mein Gott. Sieh da jetzt den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein! Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Verflucht! Verflucht! Sind Sie verrückt? Peter, schnell! Ruhe! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Direkt ins Ziel! Da! Amerikanische Armander! Amerikanische Armander! Getroffen! Das ist ein Speer! Durchhalten! Das wird erledigt! Sherman, da! Guter Schutz! Erwicht! Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Als Maulverräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Sie sind getroffen! Fahren aber doch! Wir sind in der Unterzahlung! Wir sind in der Unterzahlung! Jetzt! Wir sind in der Unterzahlung! Wir sind in der Unterzahlung! Feindpanzer! Volltreffer! Wir sind in der Unterzahlung! 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 Los, los, los! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020